ja hallo hier bin ich wieder wir haben mitte mai und ich befinde mich auf menorca und zwar an der bucht von cala galdana wunderbare insel auf menorca in spanien zwei stunden zwei stunden zehn minuten mit dem flugzeug von düsseldorf köln oder frankfurt quasi ein katzensprung immer ein erlebnis wert diese insel und dafür dass wir ja mitte mai haben haben wir wunderbares wetter sonnenschein wir haben jetzt ungefähr 25 26 grad gefühlt 30 na gut ich muss auch dazu sagen dass ich ein paar kilo zu viel wiege da ist jede temperatur die man fühlt sowieso immer doppelt gefühlt ich kann diese insel nur empfehlen kristallklares wasser cala galdana für familien singles wartet auch immer oder einfach nur mal kurzen ja vier fünf tage kann man die insel immer schön bereisen und vor allem auch günstig